Und das Bett vielleicht? Bringt der Six mit. Lass sie, lass sie, nein, nein! Der Geist bleibt zurück. Ach, das sind die Geister, die wir eingesammelt haben schon. Noch mehr los. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. In dem einstürzenden Haus. Ja, ich musste letztens mal einfach aufhören, weil es ging nicht mehr. Das hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Das war nur noch verpackt. Ich konnte nicht mehr laufen. Ähm. Das war falsch, glaube ich, gerade. Das hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Ich weiß auch nicht, was in der Aufnahme los war. Ach, das war richtig. Gut. Hey, Six, nein! Nein! Ach, sie lebt noch. Gut. Komm raus. Ah ja. Gut. Ist irgendwas gebrochen? Sie sich tragen? Geht's? Geht's? Komm mit. Komm. Schnell weg hier. Ach so. Hey, ich hab die Taschenlampe nicht mehr. Wieso gibt's diesen Raum? Kennt ihr die Züge? Hat der denn auch so einen? Früher? Ich schon. Ich hab die geliebt. Ja, aber mehr gibt's ja nicht, oder? Die Erde kriegt man nicht raus. Seltsam. Sehr seltsam. Oh. Wieder so ein Hypnose-Ding. Weg von ihm. Weg von ihm. Mann. Bin jetzt schon gespannt, was mit dem Fernseher in Aussicht hat. So. So. Sente einstellen. Ja, okay. Nochmal. So. Vielleicht kommen wir diesmal bis zur Tür. Lauf! Und was ist hinter der Tür? Ja, wach auf! Es ist... ...die schwarze Mann. Schwarze Mann, der kommt. Oh mein Gott. Kommt da wirklich raus. Geh weg! Auch in dem Kinderzimmer auf dem Bild hat man ihn auch gesehen. Hier. Was hat mich? Ja Kinder, es kommt davon, wenn man zu viel fern sieht. Kommt der schwarze Mann heraus und will ich mitnehmen. Warte, wie komme ich von dem weg jetzt? Ach, da wie? Wie? Ich komme nicht weg von dem. Warte, ich komme nicht weg. Ich laufe ja schon. Ähm. Und das Bett vielleicht? Kommt der Six mit. Lass sie, lass sie, lass sie! Lass sie! Nein! Der Geist bleibt zurück. Ach, das sind die Geister, die wir eingesammelt haben schon. Von den Kindern. Oh mein Gott. Ja, krass. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe nämlich den ersten Teil nicht gespielt. Ähm, ob man im ersten Teil etwas über diese schwarzen Männer oder über den schwarzen Mann erfährt. Wow. Hilfe! Ah! Was? 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 Wie komme ich da jetzt wieder raus? Oh, da ist wieder ein Fernseher. Ja, muss ich den benutzen. Ah, cool. Also Teleportation haben sie jetzt dabei. Das heißt, ich muss den Fernseher da rüber. Das haben sie gut gemacht. Ey. Na. Ähm. Oh. Das hab ich nicht gedacht. Das ist die ganze Tür umfällt. Ich muss da rein, dann komm ich da drüben raus. Aha. Ah, vergessen. Ich muss ja die Taste drücken, um mich festzuhalten. Sorry, Leute. Ich bin so verwöhnt von anderen Spielen, wo man sich automatisch an den Kanten festhält. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Warum hat er denn da keinen Schwung mehr? Warum hat er denn keinen Schwung mehr? Leute. Das ergibt keinen Sinn, oder? Der Haken schwingt sogar noch. Ja, das war jetzt meine eigene Schuld. Ja, zehn Minuten von mir in die Tiefe stürzen. Ich schwinge jetzt mal ein bisschen mit. Schwingen. 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 Jetzt geht's. Komisch. Komisch, komisch. Da ist ein Telefon. Telefon. Jetzt kann ich nicht ran. Okay. 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 Und der läuft aber nicht. Ha. Cool. Und aus. An. Und aus. Fernbedienung. Ja. Ich hab' der Taschenlampe hab' ich jetzt die Fernbedienung. Aus. Wie geht das jetzt hier so? Ich bin total verwirrt wegen der Fernbedienung. Toll. So geht's nicht. Aber da ist ein Schacht. Tak, tak. Warum wird er da langsamer? Warum wird er hier langsamer? So. Jetzt geht er rein. Nicht ausstarken. Das versteh' ich nicht. Weil ich den ausgeschaltet hab' vielleicht, ne? So, jetzt aber. Ja, aber was bringt's mir? Was bringt es mir? Mir bringt's nichts. Wo geht das so langsam hier? Oh, das kann ich. Ja, nacht hin. Toll. Brinkt mir aber nix. Dann. Ich bin. Was bringt's. Ja, mach. Ja, mach. Ich bin. Jag press mal. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Fertig. Ich bin. Alter. Geht jetzt ab. Death Metal hier. Aha. Ich kapier's nicht. Ah, das heißt doch, doch, doch. Ich kapier's. Die richtige Kombination finden. Dazu muss ich den einschalten da drüben. So. Dann hier rein. Wahrscheinlich. Da ist unten wieder Death Metal oder so. Wenn der ein ist, der aus ist, wo führt mich der dann hin? Skippidiwab, skippidiwab. Ne, wohin? Mann! Rätsel-Spaß. Wenn der an ist, dann bringt mich der da rauf. Dann kann ich den ausmachen und dann habe ich da unten plötzlich einen anderen Sender. Wenn ich den ausmache, habe ich da drüben einen anderen Sender. Bala, 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 Bala. Ja, toll. Mach mal aus, das Ding. Da hört halt noch einen, ne? Ich check's nicht. Vielleicht verlasse ich mich zu viel auf die Fernseher, ne? Ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu viel auf die Fernseher verlassen. Hier sollte passen. Das wäre der Schock-Cut gewesen, einfach nur, um zurückzukommen. Ach, Mann. Ach, Mann. Ja, egal. Ich mache es wieder mal falsch. Ist ja egal. Geh doch weiter. Warum schläft er denn mal ein? Hä? Hier war ich noch gar nicht. Oh! Eine neue Mütze. Doch was Sinnvolles in der Folge. Ja, dann. Oh, gleich mal aufgesetzt. Der Polizeihut. Oder, ne, Post, oder? Das ist eine Poststelle. Nice. Ja. La, 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 la. Hier hat man richtig Spaß bei der Werbung. Genau, ich muss den einschalten. Dann muss ich doch den zurückreisen. Ja, jetzt habe ich's, ja. Ah, ich bin nicht so gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Ja, da, 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 da. Schleichen, schleichen, schleichen. Komm, geh doch weiter. Warum geht er denn da so langsam drüber? Ich verstehe das nicht. Ja, Leute. Aber was uns hinter dem Fernseher erwartet. Das wissen wir natürlich schon, aber... Ja, hier ist es erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und schreibt einen Kommentar, wie ihr es besser gemacht hättet. Und was ich alles für Fehler mache. Ich lese es immer sehr gerne. Da ich ja nicht alles sehen kann, ne? Jo. Da geht's. Da. 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 Vielen Dank.